Herzlich Willkommen zu unserem Vortrag Innovation meets Data Analysis, warum die Analyse ihrer vorhandenen Datenschätze gerade jetzt einen Hebel für Innovation darstellt. Bevor wir starten möchten wir noch ein paar Sachen über uns selbst sagen, danach folgen die Informationen zu Data to Innovation, um was es denn generell geht, Techniken aus der Datenperspektive, dann von der Theorie in die Praxis und wie man das Ganze starten kann. Mein Name ist Sabine Böhn und ich bin gemeinsam mit Bernd Aschauer, Geschäftsführer von Aschauer IT & Business GmbH. Uns gibt es seit 2003, kommen ursprünglich aus der Softwareentwicklung, haben derzeit die 60 Mitarbeiter und haben uns vor zwölf Jahren spezialisiert auf den Bereich Analyse und zwar speziell auf Business Analyse und Requirements Engineering. Warum? Weil wir damals schon erkannt haben, dass der meiste Hebel für gute Softwareentwicklungsprojekte bei der guten Analyse ist und hier haben wir eben getrennt zwischen Business und Technik. Wir verstehen uns auch als Drehscheibe zwischen dem Business und der IT. Was wir jetzt mit Daten zu tun haben, wollen wir Ihnen dann gleich erzählen und dazu zeige ich Ihnen noch vorher unser Portfolio. Wir sind sehr stark eben in der Digitalisierung unterwegs und in Innovationsprojekten, darum ist das ein eigener Bereich. Unter Digital Business Design findet man die Business Analyse, Requirements Engineering, aber auch UX Design etc. wieder. Das Digital Development beschäftigt sich mit der Entwicklung und dann zu guter Letzt haben wir noch Digital Enablement. Da geht es darum, um zu lernen, um Trainings abzuhalten, um auch unsere Kunden zu ernebeln, auch gerade in Digitalisierung Fuß zu fassen. Warum Daten so wichtig sind, wird Ihnen gleich mein Kollege Bernd Aschauer genauer erklären. Ja, vielen Dank Sabine. Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Bernd Aschauer, ebenfalls von meiner Seite herzlich willkommen. Die Sabine hat eine kurze Vorstellung gemacht der Firma und ich will nun in das Thema Daten, Business Analyse und wie kann man damit Innovation gestalten einsteigen. Der Vortrag, den wir vorbereitet haben, ist ein Folgevortrag aus dem Innovationsvortrag Behördenservices Alain Espresso aus 2019. Den haben wir auf der E-Government Konferenz gehalten. Da ist es gegangen um Perspektivenwechsel und wie man dadurch Innovation gestalten kann. Jetzt wollen wir einen Perspektivenwechsel in die Datenperspektive vornehmen und wollen Ihnen zeigen, wie man Innovationsmethoden anwenden kann. Und Sie werden es sehen am Schluss an einem Beispiel. Wir kommen zum Schluss, dass diese Methoden in allen IT-Projekten Innovationspotenziale heben können. Doch lassen Sie mich vorher kurz erklären, wie es zu diesem Change kommt. Warum ist Innovation überhaupt notwendig? Es war in den vergangenen Jahren, in den 80ern, 90ern und so weiter. Sie sehen das an der blauen Linie, war es eigentlich immer so, dass die technischen Möglichkeiten und die Erwartungen an die Software eine ähnliche Kurve nahmen. Das heißt, wenn man sagt, was kann ich mir von der Software erwarten, war es eigentlich klar, dass sich das auch entwickeln kann. Das hat sich aber spätestens zu der Dotcom-Blase gedreht oder noch später vielleicht als das iPhone kam, wo plötzlich die technischen Möglichkeiten über die Erwartungen der Anwender exorbitant anstiegen. Ich erinnere hier nur an den 3D-Druck, an 5G, an Augmented Reality und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir sind heute in einer Situation, wo wir Anforderungen nicht mehr so formulieren können, damit wir auch die technischen Möglichkeiten von Software ausreizen können. Und deshalb brauchen wir Innovation. Der 2019er Vortrag hat sich damit beschäftigt, wie man mit Perspektivenwechsel Innovation fördern kann. Aber zusammengefasst, das, was Sie hier sehen, diese eine Folie, hätte Henry Ford so formuliert, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und das sagt eigentlich schon alles, um was es geht, warum Innovation und Innovationstechniken wichtig sind. Damals haben wir vorgestellt den Innovation durch Perspektivenwechsel. Wir haben gesagt, lass das Ganze aus der Geschäftsmodell-Sicht, aus der Produktsicht, aus der Technik-Sicht und aus dem Greenfield-Ansatz beschreiben. Und wir haben die Daten auch noch damals aufgezeigt, aber damals haben wir uns eigentlich nicht getraut, das Thema aufzugreifen. Stichwort DSGVO. Und haben uns gedacht, das lassen wir lieber weg. Heute, 2022, ist jetzt genau das Thema und deswegen heute den Folgevortrag, der sich mit Innovation durch Perspektivenwechsel und jetzt neu aus der Datensicht beschäftigen wird. So, let's go. Ziel 2022. Wir heben unseren Datenschatz für Innovationen in allen IT-Projekten. Und die Lösung ist Innovation durch Data Analysis, so taufen wir das, und reichen es an durch Aspekte der Business-Analyse auf Basis der IREP-Methoden. Das sind die Analyse-Methoden des International Requirements Engineering Boards. Und dazu übergebe ich wieder an meine geschätzte Kollegin Frau Bühn. Danke, Bernd. Ja, also die Digitalisierung verändert nicht nur uns Nutzer, sondern auch ganze Unternehmen. Was passiert? Wir verändern unsere Geschäftsmodelle plötzlich. Wir passen unsere bestehenden Produkte und Dienstleistungen an. Ja, wir bieten auch neue Produkte und Dienstleistungen ebenso an. Und dann nehmen wir sogar gewisse Produkte und Dienstleistungen wieder vom Markt. Wie kann das gehen? Wieso machen wir das? Was steckt denn da dahinter? Wieso funktioniert das in dieser Art und Weise? Weil wir durch Daten ganz neue Informationen erhalten. Das heißt, wir haben jede Information, die es gibt, sind Informationen. Aber es gibt auch nicht digitale Informationen, die meistens nicht den Weg in das System findet, weil das bis jetzt noch keine Anforderung war. Das heißt, wir erhalten Informationen vom Endkunden, die sagen etwas, sie hätten gern etwas. Aber leider haben wir nicht die Möglichkeit, das zu erfassen, weil wir diese Felder zum Beispiel gar nicht haben. Dabei würde das sehr viel zurückspiegeln, was draußen am Markt gebraucht wird. Oder was sehr gut ankommt oder was nicht gut ankommt. Das heißt, das kann unser Business enorm bereichern. Wir können neue Wege gehen. Wir können neue Angebote formulieren. Wir können neue Modelle gestalten. Das heißt, die Basis der Transformation sind Daten. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Was wissen wir denn über unsere eigenen Daten? Wie können die uns helfen und wie schauen die überhaupt aus? Und ich habe da ein schönes Schaubild gefunden. Und hier sieht man so richtig schön, was wir nicht alles haben wollen. Nämlich, wir brauchen auch eine Digitalisierungstrategie. Wir wollen Big Data anwenden. Wir wollen überhaupt neue Reports. Ein DWH wollen wir haben. Und weiß was Gott noch alles. Aber eines ist das Problem, das wir noch nicht gelöst haben, ist, wir wissen nicht, was wir haben. Und wenn man unterhalb des Eisbergs schaut, da steht Achtung Schweinestall. Ja, das ist ein Schweinestall. Also wir haben keine Ahnung oder oftmals zu wenig Ahnung, was für Daten wir haben. Und vor allem, wir haben es auch nicht in einer strukturierten Art und Weise irgendwo dokumentiert. Das erschwert natürlich Zukunftsprojekte enorm. Und man weiß auch gar nicht, wo man aufsetzen sollte. Warum beschäftigen wir uns nicht so gern mit Daten, mit unseren eigenen Daten? Also mit neuen Daten. Das ist ja immer recht eine lustige Angelegenheit. Aber mit den eigenen Daten, wie sich niemand beschäftigt. Und diese Punkte kennen Sie sicherlich alle aus der Praxis. Die Menschen haben Angst vor Transparenz. Sie haben auch Angst, dass Fehler aufgezeigt werden. Sie haben Angst vor der Datenschutzgrundverordnung. Wobei die nicht immer wirklich gerechtfertigt ist, wenn man es sich genauer anschaut. Sie haben überhaupt Angst, dass sich etwas verändert, dass Dinge nicht mehr so laufen wie bisher, weil sie sich nicht eben verändern wollen. Und ein ganz großer Punkt sind, sie wollen diese Aufwände nicht betreiben. Was heißt das? Sie wollen jetzt nichts investieren in bestehende Daten, um die zu strukturieren. Weil sie meinen, das kostet mehr, als es bringt. Und dort liegt leider der große Fehler. Leider. Wir haben hier eine wunderschöne Aufzeichnung. Es gibt ein paar Lieblingsbilder von mir. Sie werden sie dann nach und nach jetzt sehen. Das ist die Daten Journey. Da kann man schön erkennen, wo die Daten eigentlich benötigt werden und wo Anforderungen entstehen. Wir haben teilweise die operativen Prozesse. In diesen operativen Prozessen entstehen die Daten. Die werden dann für die operative Steuerung verwendet, damit überhaupt das Business rennt. Und dann oberhalb der blauen Linie sehen Sie, jetzt gibt es natürlich auch Anforderungen seitens der Steuerung, der Unternehmenssteuerung, der Geschäftsführung, der Stakeholder, whatever. Die brauchen gewisse Daten, um hier weiter wirken zu können, um das Unternehmen overall führen zu können. Dann brauchen wir, wir wollen eine Innovation haben, dann brauchen wir ja auch noch Daten, um Innovationsprojekte umzusetzen. Das heißt, wir wollen was vorhersagen, wir wollen eine neue Segmentierung durchführen. Dafür brauchen wir auch die operativen Daten. Und dann wollen wir natürlich weiterhin automatisieren und optimieren. Und auch dazu brauchen wir unsere nicht geliebten Daten. Was damit jetzt ganz eng zusammenhängt, ist eben die Business-Analyse. Die Business-Analyse schaut sich nun das Business an. Weil im Business hier entstehen eben alle Daten, die benötigt werden. Wir verändern sie dort, wir ergänzen sie dort. Und von hier aus werden die Daten eben auch weitergegeben. Wir haben hier übrigens mit unserer Firma, Partnerfirma DataSpot, machen wir oft gemeinsame Datenreisen im Zuge einer Data-Governance-Projekte etc., um hier auch den innovativen Nutzen für unsere Kunden zu finden und auch zu schaffen. Und der Datenschatz, den wir da haben und jede Firma hat, den versuchen wir gemeinsam rauszuheben, um hier aufsetzen zu können und hier optimiert auch vorgehen zu können. Wenn wir uns jetzt anschauen, den Business-Analysten in seiner Tätigkeit, und Sie haben sicherlich Business-Analysten in Ihrem Unternehmen, in den ITs, also in den Fachbereichen sitzen und auch in der IT as Requirements Engineering, dann wollen wir jetzt nochmal auch zeigen, wie die Arbeit der Business-Analysten ist. An sich, in jedem IT-Projekt analysiert der Business-Analyst die Anforderungen seitens des Business auf oder für ein System, dort wo die Daten eben entstehen sollen. Natürlich schauen wir uns die nicht-funktionalen und die funktionalen Anforderungen hauptsächlich an, weil da geht es ja auch um die Funktionalität einer Software zum Beispiel. Aber, und das kommt eben zusätzlich dazu, wir dürfen das Projekt nicht nur aus dieser Sicht mehr betrachten, sondern wir müssen auch aus der Perspektive der Daten ausgehen. Und das ist eine ganz eigene Sicht und das nennen wir die Datenbrille. Sie kennen das, wie vorher schon erwähnt, was macht der Business-Analyst? Der schaut sich an, wo entstehen die Daten, wo werden sie gehalten, was ist relevant, wo werden sie beschrieben, wer nutzt überhaupt die Daten, welchen Nutzen sollen sie überhaupt bringen und vor allem in welcher Qualität liegen sie vor. Und dann auch, wo gibt es Schnittstellen, wo Daten wiederverwendet, weiter oder weiterverwendet werden müssen. Und jetzt können wir uns mal gemeinsam anschauen und die typischen Artefakte eines Analysten, das haben Sie sicherlich schon in Ihren Projekten gesehen, da geht es immer um Ziele, um ein Glossar, um die Stakeholders, Prozesse, Use Cases, funktionale Anforderungen, User Stories in weiteren Folge, nicht funktionale Anforderungen, GUIs, Mockups, Scribbles, das ist schon sehr gut, wenn man das verwendet, und ein Fachdatenmodell, das auch sehr wichtig ist, leider Gottes nicht in allen Projekten eingesetzt wird. Und jetzt betrachten wir das Ganze aus der Sicht mit der Datenbrille. Also wenn man jetzt sagt, gut, die Ziele an ein System, dann können wir das definieren, aber wenn wir sagen, die Ziele der Daten, dann kann das eine neue Datennutzung als Anforderung bereit sein. Das Glossar, das ist übrigens die Basis für ein Fachdatenmodell. Ich erkläre Ihnen dann noch später, was der Unterschied für uns ist. Die Stakeholder, hier betrachten wir, wer erzeugt die Daten, wer nutzt die Daten und welchen Bedarf hat wer an welche Daten. Das ist ebenso auf der Stakeholder-Ebene eine ganz wichtige Sache. Bei den Prozessen, da geht es wieder darum, wer, wann, wie, woher kommen sie. Dann gibt es die funktionalen Anforderungen, da werden diese Themen dann konkretisiert. Also nicht nur funktional, sondern auch auf Datenebene. Genauso bei den nicht-funktionalen Anforderungen. Hier geht es hauptsächlich um die Qualitätsanforderungen, nämlich der Daten. In welcher Sicherheitsstufe sind sie? Wie kann ich sie miteinander menschen, wenn ich ein DWH oder einen Report haben will? Wann werden das gefährliche Daten oder wann sind sensible Daten? Dann über GUIs, Mox-Ups und Scribbles, hier sehen wir die Daten. Das heißt, das sind jene Bilder, die eigentlich der User, wenn er die Software verwendet, betätigt und verwendet, zur Beauskunftung von Kunden zum Beispiel. Das heißt, hier haben wir Datenfelder. Die Daten brauchen wir, damit wir eine optimale Leistung an den Endkunden liefern können. Und dann gibt es, und das ist jetzt neu in diesem Fall, natürlich Statusdiagramme. Wann verändern sich die Daten? Und Datenflussdiagramme, in welchem System und in welchem Prozess befinden sich die Daten? Also das ist jetzt genau noch zusätzlich zu der normalen Analyse-Artefakten noch zusätzlich die Sicht mit den Daten. Das muss man auch gesondert sich anschauen. Ich zeige Ihnen jetzt mein nächstes Lieblingsbild. Das ist jetzt eigentlich nicht nur der Anforderungsablauf, das heißt, wo und wie entstehen Anforderungen, sondern genauso zu betrachten aus der Datensicht. Das heißt, ich habe immer irgendwo eine Prozesslandkarte und fachliche Prozesse, wo in Aktivitäten Dinge passieren. Und oft werden hier Daten verwendet, verändert, verarbeitet. Also ganz klassisch. Aus dem heraus entstehen dann Use Cases. Also aus einem Prozess kann es 1 bis N Use Cases daraus werden, je nachdem wie groß die Use Cases sein sollen. Und unter den Use Cases werden dann die Anforderungen fachlich beschrieben, aber auch die Datenanforderungen fachlich beschrieben. Das geht dann weiter bis hin zur Fachdatenmodellierung. Und hier, das ist eine recht spannende Sache, arbeiten wir ganz stark mit dem Business zusammen. Und man glaubt gar nicht, wie gut das funktioniert. Denn wenn man sagt, gut, du hast ein Objekt, das heißt Auftrag, was gehört alles deiner Sicht zu einem Auftrag dazu? Dann beginnen sie bereits zu sprudeln und sagen, da brauche ich eine Auftragsnummer, da brauche ich ein Datum und da brauche ich eine Adresse etc. Und das sind dann eben die Attribute, die wir ergänzen. Und aus diesen Attributen schauen wir dann, in welcher Beziehung stehen sie. Und daraus entsteht eben so ein Schaubild, wo sich jeder Fachbereich sehr gut damit auseinandersetzen kann und auch versteht, wie die Zusammenhänge funktionieren. Der Vorteil ist von diesem Fachtatenmodell, dass ich aus diesem heraus auch wunderbar Mockups machen kann. Denn die Mockups beziehen sich genau auf diese Attribute, die ich hier sehen möchte. Sie zeigt nur an, wann ich sie sehe und zu welchem Zeitpunkt ich sie benötige. Und das Fachtatenmodell ist eine optimale Drehscheibe, eine Kommunikationsdrehschebe zur IT. Denn die IT kann dadurch auch das technische Datenmodell ableiten. Gesprochen wird aber nur über das Business. Das heißt, das Fachtatenmodell tatsächlich ist eine Drehscheibe. Und um das nochmal zu zeigen, wie wir das dann auch aufbereiten. Das ist natürlich eine, die Analysten dokumentieren ja auch so gerne. Und wir haben hier mit der DataSpot Software eine wunderbare Software entdeckt, wo wir all diese Informationen wirklich gebündelt auf einem Platz wunderbar geordnet haben und auch hier Verbindungen schaffen können und grafisch darstellen können. Und jetzt gebe ich wieder weiter zu meinem Kollegen Bernd, der Ihnen das nächste erzählen wird. Vielen Dank, Sabine. Ja, also danke für die Ausführung vom Fachtatenmodell. Was mir sehr gut gefallen hat, war eigentlich der Eisberg. Und ich finde, du hast sehr gut erklärt. Ja, wir wollen viele neue Geschäftsfunktionen und so weiter. Aber klarerweise braucht man auch die Basis eben, wie zum Beispiel das Fachtatenmodell, damit man auch den ganzen Eisberg betrachten kann. Und schöne Sache. Und was mir auch gut gefallen hat, du sagst, das ist dein Lieblingsbild, aber es ist auch eines von mir, obwohl ich ein Mann bin und eher in Boxen denke und nicht so vernetzt vielleicht. Aber eben das Schaubild, dass man sagt, man geht von Prozessen, von einer Prozesslandkarte in Detailgeschäftsprozesse, in Use Cases, in Anforderungen, dann auf ein Fachtatenmodell, mappt das wieder auf Oberflächen und geht schlussendlich in die Technik. Also diese Vernetzung ist wichtig, weil nur so kann man auch rechtfertigen, Aufwände in der Softwareentwicklung einem geschäftlichen Nutzen gegenüberzustellen. Und das denke ich, ist ganz wichtig. So, aber jetzt kommt folgender Punkt, meine geschätzten Damen und Herren. Sie fragen sich, wo ist jetzt die Innovation? Und da haben wir uns jetzt erlaubt, in der Business Analyse ein wenig in Anlehnung ans Design Thinking, den Data-Driven Innovation Prozess zu formulieren, zu modellieren. Und den haben wir Ihnen in dieser Folie, wollen wir Ihnen den zeigen. Er teilt sich in drei Teile. Erstens Ideate, Prototype und Evaluate. Und Sie sehen schon, Sie kennen ja grundsätzlich die Innovationstechnik. Es ist immer Ideation, Prototyping, Evaluation. Und wir konzentrieren uns jetzt eben auf den Ideation Prozess. Und wir haben aus diesem angelehnten Design Thinking den Data-Driven Innovation Ideation Prozess gemacht. Wie funktioniert der? Der teilt sich in drei Teile. A Scope Planning, B Ideation Workshop und C die Bewertung. Wir haben das genannt, Now, How, Wow. Ich zeige Ihnen dann gleich, was das bedeutet. Aber im Scope Planning macht man eigentlich einmal Folgendes, dass man sagt, welche Datenobjekte will ich jetzt genau mir ansehen? Und welche Ideation Options will ich mir in diesem Workshop, der dann in B folgt, welche Ideation Techniken will ich mir da heranziehen? Welche Personas untersuche ich und welche Prozesse besuche ich? Wahrscheinlich gibt es auch ein paar allgemeine Workshop Governance Geschichten. Aber das war es dann schon. Dann folgt der Ideation Workshop selbst mit Leuten aus dem Fachbereich, mit Architekten, vielleicht sogar schon mit Testern und natürlich mit einer Moderation. Und da drinnen finden dann die sogenannten What-If Sessions statt, die in den einzelnen Gruppen ausgeführt werden. Und danach werden die Use Cases, die hier erarbeitet werden, präsentiert dem übrigen Publikum. Und in der Phase C, Now, How, Wow, werden die einzelnen Use Cases von allen Workshop Teilnehmern bewertet und werden eben in diese Matrix aufgenommen. Now bedeutet eben niedriger Innovationsgrad und niedrige Komplexität. Also kann man sofort umsetzen, hat aber Innovation. How bedeutet hohe Komplexität, aber auch hohe Innovation. Bedeutet aber, wäre super, nur ich weiß nicht, wie ich es tun soll. Und Wow eben ist genau das, wo wir hinwollen, dass wir sagen hohe Innovation, aber niedrige Komplexität. Und da ist ein Riesenpotenzial drinnen. Und das ist eigentlich der Outcome der Ideation-Phase in dem Data-Driven Innovation-Prozess. Und da kann man sich dann, das kann man dann vorlegen den Entscheidungsträgern und kann sagen, mit welchen Use Cases geht man in eine Prototyping-Phase und später in eine Evaluation-Phase. Ich habe vorher gesprochen von Ideation-Techniken. Wir haben Ihnen hier noch eine Übersicht von Techniken aufgeschrieben. Fachdatenmodell als zentrale Drehscheibe, denke ich, hat die Frau Bühn bereits ausführlich beschrieben. Dann natürlich Artefakte durch die Datenbrille betrachten. Das hat sie auch schon gemacht, indem sie gesagt hat, die normalen IREP-Artefakte sind Ziele, Stakeholder etc. Wie kann ich die aus der Datenbrille betrachten? Dann aber eben auch die neuen Artefakte, Statusdiagramm usw., Datenqualität. Und dann eben aber auch Techniken wie, was kann ich mit neuen Daten machen? Top-Down oder Bottom-Up. Was kann ich machen, indem ich gewisse Datenverarbeitungen automatisiere? Und welche neuen Geschäftsmodelle kann ich mit Daten eigentlich umsetzen? Und dass das nicht so trocken bleibt, haben wir Ihnen eigentlich auch ein Beispiel mitgebracht. Hier noch einmal kurz die Vorgehensweise zur konkreteren Beschreibung für die Ideation-Phase. Also die Vorbedingung ist, dass wir einen gewissen Ist-Zustand haben. Wir müssen wissen, wie ist die derzeitige Datennutzung? Wie ist das derzeitige Fachtatenmodell? Und wir müssen wissen, wie ist die derzeitige Datenqualität? Dann planen wir eben den Workshop mit Ziele, Datenobjekte, Personas, Prozesse eingrenzen. Ich habe Ihnen das vorher schon gezeigt. Dann führen wir den Workshop durch, die Was-wäre-wenn-Spiele, wo eben dann neue Use-Case rauskommen. Da wenden wir die Data Innovation Techniken an. Dort schauen wir unter Umständen auch, wenn wir Datenqualität erhöhen, wie können wir mit neuen zusätzlichen Objekten oder nur Attributen neuen Geschäftsnutzen generieren. und überlegen uns auch, Nutzen pro Use-Case darstellen und eine Umsetzungsstrategie entwickeln. Nicht im Detail, aber trotzdem auch schon überlegen, wie kann das umgesetzt werden. Und natürlich dann bewerten, priorisieren und empfehlen im Sinne von Know-how-wow. So, und da haben wir Ihnen ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht, wie man eben jetzt verschiedene Data-Ideation-Techniken einsetzen kann. Hotel Blaue Gans, wer es kennt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so heißt, das war im Burgenland früher, gefällt mir sehr gut. Und was haben wir für das Hotel Blaue Gans gemacht? Wir haben ein Fachdatenmodell als Basis erstellt. Wir haben Identifikation von potenziellen Dateninnovationen gemacht. Wir machen dann einen Ideation-Workshop, neue Use-Cases. Wir haben das priorisiert. Und vielleicht haben wir sogar Prototyping und Evaluierung gemacht. Und wie kann das jetzt ganz konkret ausschauen? Und da haben wir Ihnen unseren Data-Driven Innovation-Workshop-Bericht in zwei, drei Teile geteilt, in einen Teil davor und einen Teil danach, dass Sie sehen, was ist passiert. Und das ist der Ergebnisbericht und das ist eigentlich in Wahrheit das Scoping vom Anfang. Und deswegen ist es auch hier nur der Header. Und Sie sehen, dass wir für die Blaue Gans als fiktives Beispiel das so gemacht haben, dass wir im Scope-Planning gesagt haben, welche Datenobjekte wollen wir uns anschauen? Und da haben wir gesagt, den Kunden und die Zimmerbuchung. Und welche Ideation-Options wollen wir anwenden? Wir sagen, es geht uns um neue Attribute, aber auch um neue Datenobjekte und um neue Datenqualität. Und die Perspektive, aus der wir das betrachten wollen, sind die Kunden. Nämlich mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, damit wir unternehmerisch Value, nicht nur für den Kunden, natürlich auch für uns, eine Buchungssteigerung zusammenbringen. Rechts sehen Sie eben noch ein paar allgemeine Daten, wann der Workshop teilnehmen soll. Und eben unten auch eine Kurzbeschreibung, wie wir vorgehen. So, dann passiert Folgendes. Let's Rumble. Der Workshop beginnt. Es setzen sich acht Personen zusammen. Ein Moderator, zwei Architekten, fünf Leute aus dem Fachbereich, der blauen Gans. Das kann sein aus der Reservierung, aus verschiedensten Dingen. Und wir versuchen jetzt unsere Vorgaben und unsere Innovationstechniken eben durchzuführen. Was machen wir? Wir teilen uns idealerweise in zwei, drei Gruppen. Jeder nimmt sich zum Beispiel eine Ideation-Technik her und versucht jetzt daraus Use Cases zu machen. Wichtig, das wissen Sie alle und das ist nichts Neues, dass in der Ideation-Phase nichts vorab abgedreht werden soll, sondern auch die schlechtesten Ideen sollen einmal gesagt werden können. Das passiert einen ganzen Vormittag lang. Und entschuldigen Sie. Was kommt dann raus oder was kann rauskommen? Und das ist jetzt der untere Teil des Workshop-Berichts. Und das kann zum Beispiel Folgendes sein. Das Ergebnis sind, dass wir folgende Objekte identifiziert haben, nämlich den Kunden. Und wir haben hier das Attribut Anreiseart A und Z identifiziert. A steht für Auto und Z für Zug. Und wir haben beim Aufenthaltsobjekt identifiziert, dass es interessant sein kann, dann den Aufenthalt des Kunden mit Wetterdaten zu kombinieren. Und klarerweise als Schlussfolgerung daraus brauchen wir ein neues Objekt. Das sind nämlich die Wetterdaten. Welche Prozesse können wir dadurch verbessern und wie können wir den Wert steigern? Und da sehen wir eben, dass wir beim Prozess die Zielgruppenselektion eigentlich verbessern können, indem wir zum Beispiel, wenn wir die Anreiseart des Kunden wissen, bei der Kundengruppe, die mit dem Zug anreist, eigentlich zusätzlich ein Shuttle-Service anbieten können, sodass die kein Taxi vom Zug ins Hotel brauchen und natürlich vice versa. Weiters können wir beim Check-in auch eine Wettererhebung machen. Und wenn wir wissen, wie das Wetter war, wo sich die Kunden entschlossen haben zu kommen, dann können wir auch beim nächsten Mal besser herausfinden, bei welchem Wetter in der Zukunft kann ich im Mailing dazu schreiben, das Wetter wird 20 Grad plus und so weiter. Wie waren die Kunden zufrieden und kann das eben auch schon ins Mail hineinschreiben. Die Frage, die Sie sich jetzt vielleicht stellen, ist, wie komme ich zur Anreiseart? Und da sind wir jetzt im Prozess Abreise, den wir wahrscheinlich verändern müssen, dass wir da nämlich einen Fragebogen einbauen und eben sagen, wie sind Sie, wie waren Sie zufrieden und so weiter. Das wird es wahrscheinlich schon geben. Aber dass man eben auch erhebt, wie sind Sie angereist mit dem Zug oder mit dem Auto? So, das kann potenziell das Ergebnis sein. Die Use Cases, die verschiedenen, die Sie rechts sehen, werden dann unten im Detail natürlich beschrieben. Und die Use Cases, die hier rausgekommen sind, eben die Erhebung der Wetterdaten beim Check-in, die Fragebogen-Anreiseart für die Abreise, die ich brauche und die einen Wow-Effekt ergibt und das Angebot der Lieblingsspeise, das habe ich jetzt noch nicht erläutert, aber ich kann genauso in meinem Mailing, das ich an die Zielgruppe für ein Angebot hinausschicke, kann ich ja genauso beim Fragebogen auch die Lieblingsspeise erheben und kann dem dann schon eben sowas anbieten. So, dann haben wir die Use Cases auch noch nach Komplexität und Innovation gereiht und Sie sehen, so könnte eine Empfehlung aussehen. Ja, das war das Beispiel, das wir Ihnen mitgebracht haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie haben jetzt gesehen, Theorie, wie kann ich Innovation durch Daten und durch die Datenbrille, welche Vorarbeiten muss ich machen, wie kann ich durch den Data Innovation Prozess auch tatsächlich Datenpotenziale, Innovationspotenziale heben. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann man hier starten. Und hier ist unser Credo eigentlich immer das, dass wir sagen, start small, was können wir tun. Und hier beginnt es natürlich mit Struktur durch neue Analysemethoden, neue Governance in der Analyse oder auch das Basistraining von Dataspot und Azure IREP. Dann natürlich das schrittweise Ausheben des Datenschatzes. Das bedeutet eben, den Eisberg darunter zu lüften und zu beginnen mit einem zentral zugängigen Fachdatenmodell und das Sichtbarmachen der Potenziale zum Beispiel durch Service Design Kataloge. Das ist etwas, ein Innovationsformat von uns, wie wir dann auch nach dem Data Innovation Prozess fürs Prototyping auch ein Service Design durchführen und hier auch schon aufzeigen, wie sowas ausschauen kann. Und natürlich, so wie Sie es jetzt gesehen haben, die datengetriebene Analyse. Sie hat ein großes Potenzial zur Innovation. Sabine und ich können Ihnen das nur empfehlen. Und wir bedanken uns mit diesen Schlussworten auch noch einmal bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie es interessant gefunden haben. Sie können in den Pausen jederzeit auf uns zukommen oder uns unsere Kontaktdaten hier scannen und uns später auch anschreiben und kontaktieren. Vielen Dank! controlling. Untertitelung des ZDF, 2020